Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Digimon Opening. Ja, wir öffnen heute nochmal dieses Deck, aber in Englisch. Warum nochmal? Wir haben vor kurzem das Ganze schon auf Japanisch aufgemacht und haben versucht, diese Karte, die man hier sieht, diesen Bezimmon mit dem lila Hintergrund zu ziehen. Ob wir es geschafft haben und so weiter, seht ihr im Video und was auch noch so in der japanischen Box drin war. Aber heute geht es um die englische. Ich will es in der englischen Box nochmal versuchen, sie zu ziehen, denn ich wollte die Karten sowieso auch auf Englisch haben. Das heißt, ob ich die Karten jetzt einzeln kaufe oder ein Deck, da kaufe ich lieber das Deck, hab nochmal die ganzen Extras und hab die Chance auf diese Karte, denn die Karte alleine ist mir echt zu teuer. Die kostet, ich glaube, über 200 Euro. Also what the fuck, ihr seht wie schwer die Karte zu ziehen ist. Ich habe sie hoffentlich auch aufs Thumbnail gepackt oder werde sie hier einblenden, was auch immer. Und ich bin ein großer Bezimmon-Fan, denn ich habe auch diese wunderschöne Digimon-Figur hier. Anime Heroes mit Bezimmon. Sehr, sehr geil. Die steht auch hinter mir im Regal. Also mega geil. Bezimmon-Fan ist da und als Bezimmon-Fan, wie gesagt, hätte ich halt echt gern die Karte. Ich weiß nicht, ob ich sie mir irgendwann mal irgendwie kaufen kann, weil wie gesagt, 200 Euro ist auf jeden Fall eine Ansage, Leute. So, wir haben hier drin, auf jeden Fall, erstmal ist alles verschoben, lol. Wir haben hier drin, auf jeden Fall, diese wunderschönen Deck-Sleeves nochmal, genauso wie im Japanischen. Wir haben hier, äh, wieder die geilen Promokarten, wieder die geile Playmate. Das zeige ich euch alles jetzt nicht mehr so genau, das könnt ihr im japanischen Video ja sehen. Wir gucken uns noch kurz. Oh Gott, ich gehe so schwer ab. Oh Gott, das ist ja richtig scheiße verpackt. Na toll. Oh Gott, das ist, das ist nicht geil. Das beschädigt die hinter der hinterste Karte eigentlich. Wir haben ja wunderschön, kurz zum Durchgucken, die Promokarten. Gilmon, wie man. Mega nice Promokarten, auf jeden Fall. Sehr geil. Hier auch mit Riffelung und die ganze zweimal mit Riffelung und die hier auch mit Riffelung. Sehr, sehr geil. Also die hier ist meine Lieblingskarte, bis auf natürlich die Alternative und der X-Antibody. Die Karten werden natürlich alle nach dem Opening schön eintüten. Die sind ja garantiert. Und wie gesagt, hier drin, in diesem Deck, kann eben eine Alternative sein. Ob es das ist, keine Ahnung. Wir gucken mal rein. Wir haben ja auf jeden Fall die ganzen schönen Karten drin. Dann haben wir das Impmon, auch in Alternative, also in S-Rare. Wunderschön. Ich mag direkt beiseite. Wie gesagt, die ganzen Karten könnt ihr euch auch genauer angucken im japanischen Opening. Aber ich wollte nochmal gemeinsam euch versuchen, meine Karte zu ziehen. Ob wir es schaffen oder nicht. Ich weiß es nicht. Also es ist echt schwer, die zu ziehen. Ich habe da jetzt keine große Hoffnung oder irgendwas. Wir haben, was haben wir hier? Was sind wir denn? Ah, Belzeman und Belzeman. Okay, ich glaube, wir haben sie leider nicht gezogen. Hier hätte sie sein müssen. Diese Karte ist ein Alternativ. Wie gesagt, diese lila Karte. Ich glaube, wir haben es leider nicht geschafft. Aber auch die hier ist wunderschön. Deshalb wollte ich das Deck ja sowieso nochmal haben. Und wir haben Bielstamon, auch mega geil, mit Riffelung. Nochmal Bielstamon mit Riffelung. Nochmal Belzeman im Blast-Mode mit Riffelung. Und nochmal mit Riffelung. Ich glaube leider, das war es im Großen und Ganzen schon. Leider haben wir sie nicht gezogen. Hier hinten auch sehr, sehr geil die zwei Metallkarten. Die Energiekarten, auch wunderschön mit Bielstamon und Impmon. Sehr, sehr sexy. Die finde ich auch richtig geil. Die Infokarten noch dabei. Also leider haben wir es nicht geschafft, die Alternative Artwork-Karte zu ziehen. Trotzdem bin ich natürlich, wie schon gesagt, sehr, 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 sehr zufrieden. Allein schon diese drei Promos mit Riffelung. Allein schon die Estrea Impmon. Die Estrea Belzemon. Die zwei Bielstamon. Und die zwei Belzemon Blast-Mode. Also allein für dieses Häufchen in meiner Hand lohnt sich das Deck auf jeden Fall schon. Plus die Decksleeves dazu. Ist geiles Produkt. Kann man nicht meckern. Auch wenn man sie leider nicht gezogen hat. Also wie gesagt, diese Karte hier mit dem lila Hintergrund wäre das Way to go. 200 Euro. Ich weiß nicht, ob ich mir die jemals kaufen kann. Aber wenn, dann werdet ihr es irgendwann bestimmt in einem Grading-Video sehen. Und vor mir steht eine Schachtel, wo ganz viele Karten drin sind, die ganz dringend noch immer gegradet werden müssen. Aber das kostet alles immer so viel Geld alles. Trotzdem freue ich mich mega über meine Promokarten. Bin auch ein riesiger W-Mon-Fan. Und freue mich auf jeden Fall über das, was ich bekomme. Habe leider nicht teure Karte. Trotzdem, haut es mal in die Kommentare. Wie findet ihr das Deck? Egal, ob jetzt in Japanisch oder Englisch. Was sagt ihr dazu? Ich finde es einfach nur geil. Leute, wir sehen uns gerne beim nächsten Video wieder. Haut rein und ciao. Egal, ob jetzt in Japanisch oder Englisch oder Englisch oder Englisch oder Englisch oder Englisch.